Der ehemalige Bundespräsident Gauck sagte im Jahre 2016, die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerungen sind im Moment das Problem. Dieser Satz symbolisiert alles, was im Moment falsch läuft in Deutschland und in der EU. Die Politiker sehen das Volk nicht mehr als den Souverän, sondern als Problem an. Die Bürger als Kleinkinder, die einfach nicht verstehen wollen, was gut für sie ist. Trauen wir den Bürgern mehr zu, führen wir Volksabstimmungen auf Bundesebene ein. Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen spricht sich laut Umfragen seit Jahren dafür aus.